... Wie ist es denn heute gelaufen? Die Entschärfung an sich lief problemlos. Also die Zünder gingen gut zu entfernen. Das war alles recht unspektakulär. Das einzige Problem, was uns ein bisschen gestellt hat, was dann aber auch gut geklappt hat, war die Bergung der Bombe, weil das Gelände ein bisschen schwierig war. Bleibt die Bombe weit von hier entfernt? Ich schätze mal ungefähr 100 Meter.